Die achtjährige Tochter wird noch vermisst. Hallo, gib mir deine Hand. Wir brauchen dringend die Aussage von der Kleinen. Das Mädchen soll völlig durch den Wind. Ich würde Anna gerne von der Psychologin befragen lassen. Ist möglich, dass sie den Täter gesehen hat? Das kommt überhaupt nicht infrage. Hat die Mama einen anderen Mann getroffen? Ich will doch nur wissen, wer der Mama wehgetan hat. Der Tatort. Sonntagabend im Ersten. Der Tatort. Sonntagabend im Ersten.